Oh, wir machen jetzt hier so'n Innenhof, so'n Kleinen. Jo. Ja, wir müssen auch trotzdem ein bisschen schneller machen. Ich bin... Also... Wenn die Leute kommen, wollen die mich nicht alle töten, Carly. Aber ja, ich finde das auch wichtig. Lass einen schönen Innenhof, dann könnt ihr mich dann beerdigen. Das ist jetzt ein ganz, ganz kleiner Innenhof, da können wir... Da können wir uns nicht so gut verstecken. So, ähm, ganz ruhig. Ich wollte jetzt... Ach ja, das wollte ich jetzt mal. Mörser? Brauchen wir noch einen? Dann brauchen wir... Ich bin gerade übelst... Also Smithy. Und Refinning Forge. So, darum kümmere ich mich jetzt erstmal schnell. Und was mir auch jemand gezeigt hat, oder nicht gezeigt, ich habe einen Kommentar geschrieben, das hat mir letztens auch schon ausprobiert und das funktioniert auch, wenn man ganz schnell oder viel VWs, äh, verdorbenes Fleisch braucht, einfach, ähm... Achso, ja. SDRG gedrückt halten und runterziehen. Dann kriegt man ganz viele Einzelne und dann vergammeln die nämlich schneller. Dann vergammelt nämlich das Einzelne für sich mit dem Timer. Hier, fünf Minuten, wenn ich das jetzt teile, vergammeln beide in fünf Minuten, nicht nur eins sozusagen. Und so sind wir jetzt in der Lage, ganz schnell, wenn wir dann noch Nucko-Berries sammeln, Betäubungspfeile zu machen. Also danke für den Tipp auf jeden Fall. Ich schmeiß dir nochmal ein paar Foundations vor die Füße. Äh, ja. Ja, 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 ja. So, so, so. Danke. Jo, jo. So, ich komme euch jetzt noch schnell um die Smiffy und Refining Forge und so und im Anschluss werde ich wieder Dildos jagen gehen, oder Tame gehen. Ähm, äh, Beam-Kroma. Ich soll jetzt mal weiterbauen. Warte mal, komm gleich. Ja. So. Soll ich jetzt hier auch noch dran sitzen? Bäh. Äh, nö, nö, ich würde es jetzt nicht so groß machen, ey, weil das zu länger brauchen wir dann. Lass das so, wie es ist, das ist okay von der Größe. Ach, scheiß auf den Innenhof. Gib mir doch alles hin. Ja, scheiß auf den Innenhof. Wenn du nur was hinbekommst, dann haut da was ran. So, ja. So, was brauchen wir jetzt dafür? Das Miffy brauchen wir? Ach, scheiße, brauchen wir Eisenbahn auch wieder. Also erstmal Refining Forge, brauchen wir noch Wood und Stone. Okay. So, dann mach ich mal Wände. Nimm, 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 nimm. Auf jeden Fall haben wir ja alles in der Nähe, was wir brauchen. Ich weiß nicht, wo dann der nächste Berg ist, wegen Eisen oder so. Das können bisschen... Weiß ich auch nicht. Da muss ich mal gucken. Das können ein bisschen blöd werden. Jetzt habe ich gleich ein bisschen zu viel auf einmal gesammelt, egal. Wo sind die Wall? Wall-Sign? Was ist denn da? Ach so. Door, door. Die, 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 die. So, was fehlt mir jetzt auch nicht? Ich müsste ich jetzt alles haben, oder? Oh, ich brauche mich viele Steine. Okay, weiter geht's. Da geht gleich noch ein bisschen Eisen zusammen, ist gar nicht so verkehrt. Ne Tür. So, dann wir ab, wir brauchen noch einen ganz schnellen Flugsaube jetzt. Noch ne viertel Stunde haben wir Zeit. Alter, Schwere. Alter, auch so drühen zu machen. Ja. Wenn du dich um den Innenhof kümmerst. Okay, ich mach erstmal noch einen Mörser, da brauchen wir sowieso mindestens zwei. Jetzt wird weitergehauen. Wir brauchen ganz schnell Betäubungsfeil. Und einer kann auch schon mal ganz viele Thun herstellen. Mindestens so sieben, acht Stück oder so. Jo, bin schon dabei. Bin schon dabei. Oh, dann werden das so wieder diese holzi und steini Thun, oder? Natürlich. Ich geb sie so gerade auf den Herd. Ja. Und Waffelis. Wir haben Waffeln, ich bin Waffeln. Waffeln. Waffelladen. Jetzt wird's eine Waffel. Was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche nochmal, ich mach gleich zwei Befinding Fortress. Und da brauchen wir irgendwie noch Eisen, dass wir an Metall... Quatsch, ja Eisen, dass wir an... An, an, ich's mich wieder machen können, schnell noch. Wie weit das drauf? diesen Flugsaurier und und Nennt bitte auf Schließlich ist mir oh man der so Level 112 Alter scheiße wenn die mir helfen ja vielleicht geht sie noch so hin ja ich bin halt bis überladen ne du hast du gesagt hast hat alles getötet ja er enthält mich jetzt die leute die erledigt ein Lager bitte mich nicht töten ich bin gleich tot ist jetzt da kann ich nicht wir gehen mit ihm jetzt über mich einmal kippen staunen ich muss weg scheiße und ich habe kein essen ich muss was essen ich habe keine der muss doch mal down sein er ist tot alter schwede unser tribe wäre beide an dem dildo gestorben ich habe ganz viele beeren gegessen ich habe noch 15 leben und ich hatte davor definitiv weniger alter alter ich bin im arsch beinahe hätte der dildo und die linecast whatever gewonnen alter ich freue mich gleich mal noch mehr rein scheiße holy moly so wir haben noch 10 minuten alles cool ja alles ey hätt ich jetzt der hatte bestimmt 1000 millionen leben oder so ich hätte niemals gedacht dass das so krass ist ja alter schwede also wo ist denn fuck alter also ich hätte gedacht das war es ja danke das wäre super lane gewesen weil dann hätte ich neu anfangen müssen fünf minuten bevor alle kommen dann wäre es nicht lange gegangen wahrscheinlich ich meine klar die müssen uns erst mal finden und so aber spätestens wenn uns einer findet dann muss das ja nur ein chat posten und dann weiß es jeder so ich platziere mal die ganze scheiße jetzt hier ich bin fix und fertig dann sind die affen los hier dann bin ich mal angefangen ja wir brauchen eigentlich einen gorilla ne eigentlich schon eigentlich schon ich werde auch gleich mal los ziehen dass ich mal irgendwas finde was ich ja guck erstmal dass du noch ein eisen rankommst damit wir die smithy machen können ja ich kann kein eisen zaubern ich habe ein eisen ja das ist ja schon mal habe ich eisen ich habe zwei so wie leben geh bitte wieder nach oben und das dauert übelst lange kann man das irgendwie skillen dass das schneller geht mit essen und fleischstückchen glaub ich das geht ich bin übrigens fertig ich bin übrigens fertig ganz ruhig es startet nicht mal so ich mach jetzt noch mal da ja cool aber hauptsache alles in entertaint ne zwei jahren war mit absicht alles gewesen hier was soll ich denn die tür machen alles gescriptet mach ruhig ein bisschen eigeninitiative hier aber ich habe schon 52 volt mieten also es funktioniert wunderbar mit der taktik alles aufzulösen so steine 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 äh holz 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 hab ich schon reingehauen ach ey brauchen erst Metall fuck so jetzt müssen wir das lassen wir schneller nach oben gehen hoffe ich mal aufleben ich platze schon mal die Drohnen ach so dann weiter wait skillen dann habe ich keine punkte mehr so das gleich werde ich mal noch weiter aufteilen ind hon hast du die großen Stonegebox schon storage 105 ich bin gerade dabei ähm kann irgendjemand ja ich weiß nicht ich habe nämlich jetzt kaum leben was soll ich machen das Fleisch holen ne Fleisch habe ich aber genug also vor allem er auf die jagt gehen halt Whldos und so brauchen wir ja ich komme mich schon mal ich habe halt komm Mackhab Hill Ritz wir brauchen erstmal irgend einen So, am besten den Triceratops da unten war, mal schnell, wegen den Nacko-Barries, dass wir die schnell... äh, frieden können. Machst du die Nacko-Barries rein? Pack dir mal ja wieder rein. Aber ich muss das mal lernen. Scheiße. Äh, ich kann schon machen. Tipp. Ich kümmere mich drum. Tipp. Und, Tipp. So, ich versuche jetzt aber auch noch einen Bogen mal herzustellen. So. Meine brauchen wir dann auch. Was brauchen wir denn noch? Äh, was? Ne, leh. Alter Schwede, alter Schwede. So, noch ungefähr acht Minuten, ich weiß es nicht. Sieben Minuten, acht Minuten. Äh, zehn. Naja, keine Ahnung, wie gesagt, meine Uhr. Die analoge Uhr, die... nicht so genau, glaube ich. Bogen? Ne, halt. Guck. Pfeile. Ähm, andere? Also, was brauche ich denn jetzt noch für Pfeile? Wir brauchen gleich ganz viele. Äh, Tetch, Flint, Fiber. Okay, ich muss ein bisschen Pfeile sammeln. Und da. Hohoho. Wim! 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 Ja, bis mal das Leben da oben geht, das dauert echt eine halbe Ewigkeit, ne? Hm. Wim! 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 Perfekt. Hm. Perfekt. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen Melee-Damage skillen. Oder was bringt denn ein Punkt Melee-Damage? Wißt du das? Äh, keine Ahnung, oder zehn Prozent? Oder fünf oder so. Äh, fünf. Fünf Prozent. Okay. Ja, genau fünf. Ich habe den jetzt auch auf 140 hoch gemacht, damit ich mehr Sachen aus dem Innsbruck mache. So. Da wird alles weggeknechtet, was wir finden. Also, wir werden noch Level 10 und Level 5 wegkillen, das geht nicht anders. Ja. Alles, was in unserer Nähe ist. Allein schon, weil dann die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie wissen, wo wir unser Lager haben. Wir werden uns jetzt erstmal noch eine Weile hier in der Nähe aufhalten. So, vielleicht wieder ein bisschen aufteilen. Schnupp. 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 So. Das Slingshot kann ich dann eigentlich schon wieder wegwerfen. Äh, Februar. Ja. Den Speer, den haue ich auch mal hier rein. So. Wie lange dauert? Sieben Minuten? Gibt es hier irgendwo, was nicht so lange dauert? Zwanzig? Egal. Müssen wir halt noch ein bisschen warten. Scheiß drauf. So. Wait, haben wir. Machen wir erstmal auf 200 jetzt, würde ich sagen. Und dann mache ich weiter. Helf. Helf. So, haben wir jetzt schon genug? Ähm. Ah, du hast einen Gorilla? Ja. Sag doch. Ach so. Nice, Alter. Hör doch mal zu. Ja, ich... Mann. Mein Gott, der ist aufgeregt. Das war jetzt ein großer Tag, weißt du? Das ist ein großer Tag heute für mich. Keine Gnade. So, ähm, nee, ähm, haben wir Eisen für die Smithy jetzt genug? Oder haben wir schon das Smithy jetzt? Sag mal, wo sollen wir denn das Eisen herbekommen? Chill doch mal. Von nem Stein. Okay, dann kümmere ich mich jetzt darum, okay? Ja. Ja. Das hört sich gut an. Mach das. Wie viele Eisenbahnen? Also ich glaube so 3 Stück hatten wir schon. Ich hab auch noch eins in der Tasche. Hör mal rein, dann brauch ich noch 6 Eisen. 6x Metal, glaub ich. Hä? Ich brauch noch 5 Eisenbahnen. Äh, Kacko, mir bist du mit dem Affe schon los? Ja, natürlich. Zwei. Okay. Ich hab schon zwei. Entschuldigung für dich. Ne. Ja. Oh mm. Äh, noch zwei Minuten. Ihr werdet dann übrigens auch sehen, alle, ähm, wenn es losgeht, daran dass ich hab eingestellt, dass man immer sieht, wenn jemand einloggt. Können wir dann nochmal mitzählen? Dip-dip-din, dip-dip-d. Alter. Ich soll das auch einstellen, oder? Ausgerechnet jetzt ist es dunkel. 9er-Tifikation. Dann guck mal hier, Ada 14's Volt mit, ne? Nice. Krass. Jetzt kann ich mir keine neue fucking Spitzhage machen. Ich muss mal ein bisschen Steine weghauen eben, geht nicht an. Wo sind die scheiß Steine? Ich glaube, ich mache gerade zu viel Wände. Steine, Steine, hier mal Steine. So. So. Na ja, doch, jemand war wieder die Tür. Dann wäre es aber eigentlich am schlauesten, wegen dem Gorilla, dass er mir folgt. Dann, und wir den einstellen, dass er mich verteidigt erst mal. Joa. So. Wäre es nicht sinnvoller, wenn ich versuche, einen zweiten zu bekommen? Ja, oder so halt. Das kannst du auch probieren. So komme ich schneller, nehm ich mir. Also das sinnvollste wäre eigentlich, dass alle Dinos mich beschützen, in der Theorie, so wie das Spielformat abläuft. Das hat jetzt nichts damit zu tun, sondern würde am meisten Sinn machen, glaube ich. Wie mir ist schon wieder voll egoistisch. Wie mir ist so egoistisch, wenn wir alles für sich haben. Dann will ich es nicht den Tuschauer mal zeigen, nein, aber alles für sich haben. So, ähm, aber was fehlt mir denn jetzt hier? Ich muss mich konzentrieren, Ted. Ted. Ich packe euch mal das Fleisch. So, das müsst ihr dann gleich mal treiben, ich habe keine Zeit dazu. Ne, ich habe Beeren, also ich versuche mich mit Beeren. So, das Video muss jetzt eigentlich oben sein. Jetzt wird es eigentlich, mir wird es jetzt veräufendlich. Es kann sein, weil Sonntag ist, dass es dauert es mal ein bisschen länger, bis YouTube das allen, alle Abos schickt. Ah, hier, das erste. Sazon, es geht los, es geht los, Sazon, es geht los, Sazon, es geht schäumt. Nein! Was, was geht los, Leute? Wer ist der Gegner? Wer ist der Gegner? Wo, wo, wo? Ne, ja, er ist gejoint. Achso. Er ist gejoint. Hey, wieso, mir ist das jetzt nicht angefangen, sage ich. Ich habe das Join-E otros schon. War zu und dafür. Du, 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 du. Ach, da. Du, 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 du. Ich brauche Metall, 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 Metall. So, wieder? Oh, zwei Metall. Ich glaube, ich habe hier schon genug zusammen. Müssen wir mal gucken, wo wir hier vielleicht... In den Höhlen kann man auch Metall gut farmen, oder? In den Höhlen? Nee, kann man nicht. Okay, kann man nicht. Ja, dann müssen wir uns dann schnell Flugzeuger besorgen und dann auf Berge, wenn wir da Metall brauchen. Aber alles zu seiner Zeit. Ich versuche ja schon, keinen Stress zu machen. Das klappt aber nicht. So, wie sieht es aus? Habe ich jetzt genug? Ja, ich habe zehnmal Eisen, das hau ich hin. So, die ganzen Steine mal weghauen. Ja, was brauche ich denn jetzt noch? Piepre. Oh Mann, haben wir Fiber in den Lager? Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich habe nichts gesammelt. Gut, dann mache ich es. Fakt, wo muss ich in die Hütte? Er ist dunkel. Mach Licht an. Hä? Hä, was fehlt denn jetzt? Wo seid ihr denn? Tja, wenn du das willst. Ja, das wäre schon günstig. Ja, warte, ich komme zurück wieder. Warte mal, bei den Klippen ist die Bude so. Also die müsste jetzt natürlich hier irgendwo sein. Ich muss weiter hinterher. Ich sehe euch. Okay, ich habe euch. Ich habe euch. Ich habe euch. Habe ich. Ich sehe euch. Hä? Ich sehe es jetzt nie. Ich sehe euch. Untertitelung des ZDF, 2020